hallo wir machen wird auf 24 booster die zum aufhängen das mal heute auch mal gucken ob sich lohnt könnte auch kaufen hier da unten hier da steht auch erster link in der video beschreibung so du 24 ich perfekt habe ich genau richtig gegriffen und ich habe genug in der sektor muse ok nach außen guck mal auf der gute hit ja aber nicht anders als deine aus meine ich sie genau so ne guck mal du hast einen weißen rand ja also wer von uns hat den hit weiß ich nicht klar witz du nicht ach doch das ist ein holo hallo nicht oh halt schon energie so wach sind die pur meter pot wandel b matt kipp morpiko 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 ive helder gore bis und veraora das ist jetzt man musste das immer erwähnen mit diesen scheiß code karten jetzt ist das voll verblüht wieso weiß man doch jetzt gar nicht ja doch weiß ich da jetzt wie heißt der noch mal ogelmator du bist ein ogelmator boah das sind mich nicht den medical hulu ein Nest war das nochmal huh so weiter geht's 1 2 3 4 energie cool girl Chili noch kein hit hier was ist da los die etwa nicht das werden wir sehen das werden wir sehen adventure discovery da steht payday also musste jetzt endlich mal was kommen das weiß ich nicht das weiß ich nicht eine butterfliege energie wirklich links geodot und nichts nicht dritte wie du machst du es ja auch die gehen so schwer auch bogelebaro kickball ein sandiger gast und die blitze so energie ja ich kann ja nichts ansage bitte was morpico morpico in skamori und schell mit dass ich auch was haben die man nur mehr aus los die ich bin mal auf seine seite du kannst doch nicht über die dienst post mutter manti rubin roto du bist wirst du schnell gemacht, ich bin noch nicht schärfen, hier kann ich ja nix Sizzle Pete, Sizzle Pete, Sizzle Pete, du bist ein Sizzle Pete Sizzle Pete, Sizzle Pete, Clefki, Pansage, Wolo, Pansham, ja und ne Butter, jetzt schon wieder ey, gibt es nur die Holo oder? Es gibt noch einige andere Holo Aber wir haben es jetzt nur die Holo Du hast zwei oder dreimal auch die Holo Ein Luki Ein Luki Ein Lolo, ein Pansham Ein Katapi Und ein Lando Wer ist denn deine andere Holo? Du bist der andere Holo Luki man Energie Sizzle, Puzzle, 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 Bugcatcher Indidi Graul Palin Propeco Melmetal In Reverse Und ein Im Pegator Im Pegator In Holo Hier Nur Holo ist hier Und was? Jo Im Pegator Makin 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 Das Fucano Acani Achso Dann musst du das wohl nochmal Eldegoss Power Tablette Fiber Toxel Fotodille Kloptobus Kloptobus Hinao Merle Luxary Rai Rai Luxary Rai 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 Hits haben wir bisher Und wir haben noch Ich hab noch 4 Booster Drei Du hast Drei Das ist der vierte den du jetzt hast Ja Ding Ding Spongy Gloves Makin The Monkey Panzer Macht ja Kenjin Aurocuga Choreoge Und Gengar Gengar Wie hätt Ich hab den noch nicht Ich hab den noch nicht Battle VIP Pass Togemaru Squillboy Volt Rock Panzage Kurant Gligar Slum Slugma Bands up Toxic Rock Aria Aria Oh Der Seels Guck mal Ich hab Pils Wolopics 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 Shania Shania Siktel Und Und Was ist das Strafittel Bist So niedlich Wie sie sich schmiert Big hit 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 Big Kein Naja Big hit Was ich hab den nicht Aber alles hit Das ist okay Exeketre, Dabwue, Dredour, Chains, Bonarini, Grubben, Mendebass und Chorio Grubben. Anahe, Mendebass, Ninetales, Jigglypuff, Durant, Transir, Minun, Baltoy, Metapod und ein Ivetal in Nix. Dein letztes, wa? Dies. Sidney. Helder, Katapi, Toxel und Elektros, Lastpack Magik mit einer Energie, Semipur, Buckcatcher, Bastkolin, Rubben, Mendebass, 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 Mendebass. Wemba! Voll viele Holos. Was nur Holos hier drin gewesen. 5 Stück insgesamt. Ich glaub mehr, wie hattest du? Ich glaub ich hatte 3 oder 4. 2 Smetros und ein Dings? Ich glaub ich hatte 3 oder 4. Boreos und ja, stimmt, dort ist ja noch. Ja. Ich hatte viele Holos. Und dann noch die hier. Und die hier. Du bist die coolererin. Ja. Ich hab nur so ein fettes, komisches Eichhörnchen. Und so eine alte, die irgendwie asses kicken will. Hä? Kicken will. Wir machen gleich noch was auf, aber das seht ihr erst im nächsten Video. Also bis dann erstmal. Tschüss erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.